They don't know that I have ApeCoin. Sie wissen nicht, dass ich Affencoin besitze. Dieses Meme, ich würde ihm zwei von zehn Meme-Punkten geben, direkt von CoinMarketCap tatsächlich gepostet worden. Also wenn es um Kohle geht, dann ist CoinMarketCap auf jeden Fall bereit, ein bisschen, sag ich mal, die Extramale zu gehen, die sie normalerweise nicht gehen, denn ich möchte auch dieses Video nicht nur damit anfangen, dass ich etwas über ApeCoin erzähle, sondern auch ein bisschen die Doppelmoral von den ganzen Exchanges hinterfragen, weil es gibt Projekte da draußen, die versuchen, die Welt zu verbessern und wirklich Blockchain sinnvoll zu nutzen und schaffen es nicht, auf CoinMarketCap gelistet zu werden, beziehungsweise die Listung auf so einen Exchange ist natürlich auch mit Geld verbunden, muss man fairerweise zugeben, aber als es dann darum ging, ein gehyptes Projekt wie ApeCoin zu listen, waren sie alle sofort dabei, wie ihr sehen könnt, da war es dann plötzlich ganz einfach, diesen Coin zu listen und ihr habt wahrscheinlich in diversen Newsforen gesehen, dass der ApeCoin ja sofort abgeschmiert ist und gleich heißt es, oh nein, böser Meme-Coin und man kann es natürlich als Meme-Coin sehen, aber was die Utility angeht, im Vergleich zu 90% der anderen NFT-Projekte, die aktuell imitiert, gemintet werden, ist der ApeCoin auf jeden Fall solider als das, was man bis jetzt sehen kann. Natürlich ist das ein fader Beigeschmack, dass er so abgerauscht ist, was übrigens nicht im Preis von CoinMarketCap wieder gespiegelt werden kann. Der CoinMarketCap ja nur aggregiert die Werte und es von Exchange oder Exchange da Unterschiede gibt. Lowest Point war irgendwo bei 6,60 Dollar, zwischenzeitlich wieder hoch auf 17 Dollar, aber jetzt ist der Preis aktuell bei 10,8, also knapp 109.000 für jeden Bored Ape-Besitzer. Ihr habt richtig gehört, man hat 10.097 bekommen, einfach so als Airdrop, wenn man so einen Bored Ape besitzt. Und ich möchte zunächst einmal darüber sprechen, was man mit diesen ApeCoin denn machen kann und danach könnt ihr euch entscheiden, hey, soll ich mir den kaufen oder nicht, ist es ein cooles Investment oder nicht, it's all up to you. Auf jeden Fall, die Seite ist schon mal relativ fetzig, was das Design angeht und wolltet ihr nicht schon immer mal eure Miete per Kryptowährung bezahlen, dann ist jetzt eure Gelegenheit, denn in Miami wird Ape akzeptiert, um Wohnungen zu kaufen und ich glaube auch die Miete zu bezahlen und in der Beer Bar ETH bekommt man 50% Rabatt, also wird man doppelt so schnell besoffen, wenn man ApeCoin benutzt, um zu bezahlen. Was ich nicht tun würde, da es ein ERC20-Token ist und ihr wisst, die Fees für Ethereum, die sind kriminell. Aber es wird demnächst besser werden und das werden wir auch in meinen Videos thematisieren natürlich. Wie ich es bereits vorhin gesagt habe, 1094, nicht 97, kriegt jeder, der einen Bored Ape hat. Wenn man eine Muted Ape hat, dann sind es nur 2.000 und wenn man dann in diesen Kennel Club drin ist, dann bekommt man nochmal ein wenig mehr. Hier per Meta-Maß kann man hier die Schnittstelle nutzen, um das Ganze zu claimen. Dazu hat man 90 Tage Zeit. Wenn man das nicht macht, dann geht ein Teil, beziehungsweise das, was nicht geclaimed worden ist, geht an die Foundation zurück. Und neben der Tatsache, dass man sich Wohnungen kaufen und sich besaufen kann, mit dem ApeCoin, was natürlich ganz nett ist, fällt mir noch eine dritte Sache ein. Und zwar kann man damit eine Mitgliedschaft, ein Abonnement vom Time Magazine abschließen. Übrigens Vitalik Buterin in letzter Zeit, ich glaube, da war auch ein Cover vom Time Magazine. Wahnsinn, wie weit Crypto gekommen ist, seitdem wir 2017 angefangen haben, Videos zu drehen hier. Und auch das Board von DAO, von der Decentral Organization von ApeCoin, ließ dich sehr beeindrucken. Da ist der Co-Founder von Reddit dabei, der Head of Ventures bei FTX, die Maria Bartschwa, die Principal ist bei Sound Ventures, das ja das Venture von Ashton Kutscher ist. Wer von euch erinnert sich übrigens noch an Punk'd auf MTV damals, schreibt es mir in die Kommentare. Und so sieht dann ungefähr die Verteilung aus, die Tokenomics, wenn man so möchte. 62% gehen an den Fund, an die Treasury. 60% gehen an Yuga Labs, also sozusagen die Firma von ApeCoin plus Charity. Schön, dass hier auch an Charity gedacht wird. 14% an die Contributors, die dabei geholfen haben und 8% an die Founders. Und soweit ich das verstanden habe, sind das die vier Founders von Yuga Labs. Also ein bisschen zentralisiert, also hier wird sich schon gegenseitig ein bisschen Geld zugesteckt. Muss man sagen, wie das zu bewerten ist, das ist natürlich eure Sache, aber schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Denn unter allen Leuten, die kommentieren, gibt es die Chance, ein bisschen verzauberte Litecoin zu gewinnen. Und auch am Ende von diesem Video werden wir Litecoin verlosen. Im Grunde genommen, glaube ich, haben sie wirklich einige Sachen mit dem ApeCoin vor. Und man muss fairerweise zugeben, das haben sehr viele NFTs, aber leider ist es so, dass aktuell wirklich jeder x-beliebige Web3-Developer und sein Hund gefühlt auf den NFT-Zug aufspringen und sehr viel versprechen, aber dann sehr wenig halten. Also Lana Rhodes ist da ein super Beispiel. Erwachsenenunterhaltung, hat sie ja vorher praktiziert, jahrelang ein achtstelliges Vermögen verdient und dann einen NFT veröffentlicht und dann, als sie das Geld eingesammelt hat, hat sie sich aus dem Staub gemacht und an ihren Social Media Accounts gelöscht. Da sehe ich die Gefahr beim Bored Ape Yard Club tatsächlich als sehr gering an, weil sie erst einmal schon sehr lange dabei sind. Und zweitens mal liegt es auch im Interesse von all denjenigen, die in diesem Ökosystem drin sind, dass das Projekt wirklich erfolgreich wird und langfristig auch funktioniert. Ich meine, Snoop Dogg hat gesagt, er wird ein Mixtape exklusiv für den Yard Club veröffentlichen. Und Paris Hilton hat sich letztens auch einen NFT gekauft, also einen Bored Ape gekauft, auch wenn die Präsentation davon relativ cringe war in der Jimmy Kimmel Show. Jimmy Kimmel ist allgemein super cringe. Ich hoffe, ich verwechsel gerade den Host nicht. Hier sind ein paar weitere Punkte vom DAO. Also man kann da auch voten, die Community beeinflussen. Hier wird einfach nur beschrieben, wie das Ganze sozusagen praktiziert wird, sodass das Ganze möglichst dezentral und fair ist, wie man Vorschläge bearbeitet, einbringt. Also hier gibt es schon auf Snapchat den Ape Coin DAO. Allerdings Proposals gibt es bis jetzt noch nicht. Die müssen erst kommen. Und ich habe euch ja bereits gesagt, dass eigentlich alle großen Exchanges von Anfang an dabei waren bei dem Listing von Bored Ape Yard Club. Aber bei anderen tollen Projekten macht ihr es ihnen schwer, finde ich nicht gut. Ich meine, man muss sich vorstellen, aus dem Stand ist, dass dieser Coin wirklich durch einen Airdrop von der Marktkapitalisierung her über die Marktkapitalisierung von Helium gegangen und anderen ganz, ganz, ganz tollen Projekten, die ich jetzt nicht einzeln aufrufen werde. Aber schaut euch einfach mal an, welche Projekte sich demütigst hinter Ape Coin anstellen müssen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier noch ein paar, was ist das nochmal, Ape Coin, also das Forum, wo man dann schätze ich mal interagieren kann mit anderen exklusiven Besitzern. Wie ihr sehen könnt, also wenn man da bei diesem Club dabei sein möchte, da muss man schon einiges an Ethereum blättern, also 100 Ethereum ist da der aktuelle Floor Price. Und jetzt, wo ich euch einfach mal alle Informationen präsentiert habe, lasse ich hier den Trailer von einem NFT-Game Other Side laufen. Jedenfalls die ersten paar Sekunden davon, beziehungsweise ein Metaverse von den Apes. Ich will euch jetzt nicht die Story spoilern, weil nachdem der Affe hier dieses Elixier zu sich nimmt, wird es wirklich sehr, sehr, sehr wild. Also visuell möchte ich euch das jetzt erst einmal nicht zeigen. Schaut es euch selber an, ist wirklich von der Qualität her, sieht es einfach nur aus. Ihr seht es selber, sieht aus wie von einem AAA-Game, eine Render-Sequenz oder auch meinetwegen ein Film, eine Serie auf Netflix-Niveau. Also guckt euch mal bitte an, wie hier die Beleuchtung und alles ist und danach noch die Musik. Also klar ist es so ein bisschen böse Zungen, mögen behaupten, dass das so ein Bonzen-Club ist, nur in Krypto, nur die Krypto-Variationen davon. Aber da steckt wenigstens etwas dahinter, was man von den meisten anderen NFTs, die aktuell rauskommen, nicht behaupten kann. Also da bin ich auch aktuell gerade am recherchieren, ein Video für euch zusammenzutragen über den Kontrollverlust, den wir aktuell im NFT-Segment sehen. Also ganz, ganz, ganz wild, was da passiert. Den Trailer könnt ihr euch entweder anschauen beim offiziellen YouTube-Kanal von Jagd-Club oder auch hier auf Twitter von YugaLabs, die sich ja verantwortlich zeigen für den ApeCoin. Und ansonsten schauen wir uns an, was beim letzten Video kommentiert worden ist von den lieben Zuschauern. Zin auch direkt jemanden, der Litecoin bekommt. Also herzlichen Glückwunsch an den Kai, der mal wieder ein bisschen verzauberte Litecoin-Dollars gewinnt. Und wenn ihr auch etwas gewinnen wollt, dann kommentiert unter das Video mit eurer Litecoin-Adresse. Abonniert den Kanal, um kein Video und kein Stream zu verpassen. Wenn ihr keine Heliumeine habt, dann checkt den Link in der Beschreibung. Die Links, dort findet ihr auch Discount-Codes etc. Kommt auf den Discord-Server. Und alles in diesem Video ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Vielen Dank für die Offenbarkeit. Bis bald. Ciao.